Hallo liebe Eltern, herzlich willkommen heute im Schuvi-Duo in der Stadteritzer Straße 85. Heute machen wir es mal ein bisschen kurz, knackig und mal etwas anders, weil ja unsere Kinder mit Sicherheit schon ganz doll aufgeregt haben, weil der Schulanfang rückt ja immer näher. Und für euch als kleine Hilfestellung, unsere Zuckertüten sind ja manchmal größer als wir Kinder selber auch, habe ich heute euch mal ein kleines bisschen noch was vorbereitet, was auch gerne genutzt werden kann. Weil Omis fragen ja auch immer gerne, man will ja da immer alle so die Familie ein bisschen dabei seite haben, dass jeder seinen Teil dazu gibt. Dann können wir nämlich auch gleich mal anfangen, was nämlich auch bei Schuhen, Turnschuhe brauchen ja Kinder generell, ist einmal Modell für Junge und für Mädchen. Was wichtig ist, die Schule möchte gerne auch immer weiße Sohlen haben. Leichter und bequemer geht es wirklich gar nicht, wiegen noch nicht mal 600 Gramm. Ihr habt es gesehen, ich konnte es halten, es war also nicht schwer. Dann haben wir auch so kleine Ballerienchen, können super perfekt auch ein bisschen eingerollt werden, unten in die Spitze von der Zuckertüte mit eingefüllt werden. Und was auch ganz wichtig ist, was ja nicht ausbleibt, die Hausschuhe für die lieben Kleinen sind ja auch wichtig, gehört in der Schule mit dazu. Den Eyecatcher, den wir natürlich rausgesucht haben für Zuckertüten obendrauf, sind unsere Helme. Fahrradfahren geht ja immer. Einmal für Mädchen, ein für Junge gibt es auch in unterschiedlichen Modellen, dann auch noch in weiß oder in hellblau oder in dunkelblau. Kosten effektiv momentan 39,95. Aber wenn wir extra für unsere Mäuse, für den Schulanfang sind sie alle 5 Euro günstiger. Da sind wir auch gleich wieder mit beim nächsten Thema, was günstiger ist. Es wäre super, wenn ihr einen kleinen Blick auf unseren Lagerverkauf mitwerfen könntet, wenn ihr so lieb seid. Findet ihr bei uns auf der Homepage. Da gibt es nämlich speziell auch noch Einzelteile an Schuhen, also ist nicht mehr jedes Größensortiment da, die ich wohl bemerkt auch Einzelstücke hier noch im Laden habe, fürs Kleidchen, fürs Ensemble oder für einen Jungen, wenn er jetzt kurze Hose oder wem das ein bisschen sportlich erdreht sein soll, sind auch reduziert. Um euch aber das noch ein bisschen zu erleichtern, die Versandkosten von 4,90 Euro zu ersparen, könnt ihr es hier in der Filiale oder wenn es bei euch bei der Franoag in der Lindenthaler Straße günstiger ist, der Weg auch dort abholen. Das müsst ihr dann bloß mit dazu schreiben, dann in die E-Mail. Ich habe soweit nichts vergessen, Kinder stehen ja bei uns, wie gesagt, immer im Mittelpunkt, deswegen haben wir es heute mal ein bisschen schneller gemacht als sonst. Also ich hoffe, für euch war so ein bisschen was dabei, was ihr auf Omi und Obi aufteilen könnt. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns dann hier im Lädchen sehen und bis dahin und wünsche euch einen schönen Tag und bleibt bitte gesund. Bis dahin!